Erste Halbzeit war viel gut, Schalke, ganz andere Aufgabe als das, was wir spielen gegen Stuttgart, kam ja gar keine Frage dazu. Was morgen auf uns wartet, extreme Mannorientierung, wir haben uns sehr gut bewegt, dagegen haben viele Räume gefunden, Räume aufgezogen, Räume genutzt, nach Ballverlust sehr gut reagiert. Erste Halbzeit, du hast ja jetzt auch einen Spieler vergessen, der im Spiel davor es hervorragend gemacht hat gegen die Bayern, Emil Forsberg. Also wir sind da auch wirklich im Moment gut aufgestellt und morgen ist die Aufgabe ein bisschen eine andere und es gilt dran zu bleiben, weil es ist relativ eng beieinander alles. Wir haben uns eine Ausgangssituation erarbeitet, die nicht schlecht ist, haben aber auch 15 Mal hintereinander glaube ich nicht verloren und trotzdem kleben die anderen hinten dran und nach vorne ist es zum Glück auch ein bisschen enger geworden.